Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist dein Hauptquartier, die Polizeiwache. Komplett ausmodelliert und komplett begehbar. Abhängig von der Tageszeit gehen die Mitarbeiter der Wache ihren Aufgaben nach. Das ist dein Fuhrpark. Ob Van, Polizei oder Zivilfahrzeug. Für jede Situation der passende Wagen. Natürlich alles originalgetreu bis ins Detail. Verkehrskontrollen oder Verfolgungsjagd löse viele spannende Missionen. Oder du wechselst ins freie Spiel. Erkunde auf eigene Faust das Leben bei der Autobahnpolizei. Und wenn du deine Missionen erfolgreich löst, machst du Karriere. Sofort ergeben sich viele neue, spannende Möglichkeiten für dich. Jetzt bist du dran. Starte deine Karriere als Autobahnpolizist und löse die Missionen. Autobahnpolizeisimulator 2 von Aerosoft.